Wolf, frag welche Richtung gehen wir, wir müssen hier weg. Das steht bei mir nicht auf, ich habe eine Waffe, ich brauche ein Medicaid oder so, der hat was, Kompass, Funker, noch eine erste Hilfe. So, ich bin ready to go, let's go. Ja, ich auch. Dann komm mal hier weg. Du brauchst nichts festes? Gibt es hier was? Natürlich. Ah, dann geh schon mal an Deckung und gib mir Deckung. Ah, fuck you, weißt, klar, das ist nicht klapp. Hast du Nachtsicht gefunden? Fuck. Ich hab's mir da, ich hab's mir da. Ja, ich hab's mir da. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 15. Funkcheck. Äh, alles funktioniert, Wolfhör. Wo bist du, was machst du? Ich bin auch im Medikopter und verteidige mich hier gerade. Ja, ich habe... Warte, den letzten habe ich jetzt gleich. Mann! Geht doch, nochmal. So, hab ihn. Lass mal hier weg. Wir können doch in die Stadt rein. Alter, in der Stadt Wimmels ne von denen. Das ist doch gut. Naja, sonst sterben halt alle. Komm mal. Ja, das ist doch jetzt ein bisschen. Das ist so gut. 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 Das machen wir. Ah ja. Dahinter ist auch noch einer. Habe ihn. Ja gut, dann glaub mal vor. Ich gebe dir Deckung. Oh, der ist sich da am Leben. Oh, der ist nicht mehr. Okay. Das ist doch mal. ja ich laufe zu haus springer kommst du ja 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 soll er noch rauskommen jetzt ins gebäude alles ist knapp schießt runter mir vorbei ja einer noch hab ihn komm raus holen wir uns das boot was ist dieses spawnen das boot ist gesichert das boot ist gesichert mehr oder weniger ja nochmal hinter dem patrick ist noch einer ja noch einer dabei ja 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 Alles klappt in da. Bist du im Boot oder bist du nicht im Boot? Ah, fuck, hier ist noch jemand. Ja, hier ist noch jemand. Mann, Mann, dann muss ich schneller sein. Aus dem Wald raus, aus dem Wald raus. Nord. Ja, check. Mann, hab ich den zerwischt? Fuck. Stopp, nochmal. Ähm, ja, ich bin noch neben dem Truck, ist grad noch zu unsicher. Ich versuch grad abzuwarten, bis ich da gut rankomme. Boah, der rennt andersrum, der Arsch noch. Und auch nicht. So, jetzt renne ich dran. Was ist hier? Ähm, ich renne uns zum Wasser, ja? Na, komm jetzt raus. Was? 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 Ähm. Vielen Dank. Na, ich bin gerade im Wasser. Fuck. Hallo. Wolf, hörst du mich? Ich hör dich, ja. Ja, ich bin im Wasser und schwimm zu diesem Boot. Du bist auf dem Boot, oder? Richtig? Nee, ich bin noch nicht auf dem Boot. Ich muss mich gerade ekelhaft durchkämpfen. Du Arsch, ich dachte, du gibst eine Deckung von dort. Hast du auch Deckung? Haha, wenn du jemanden in den Rücken schießt, wenn ich im Wasser bin? Da ist jemand mehr da, um dir in den Rücken zu schießen. Weißt du, wo unsere Main Objective ist? Ich hab die noch nicht auf die Kabe geschaut. Ja, wir sind jemanden in der Stadt und wegschießen. Ein High Value Target, dann haben wir das. Mit allem wollten wir machen, so weiter, was wir gerade schon gemacht haben. Reingeht alles umschlachten. Du hast Glück, Herr, dass ich dich nicht erwischt habe. Okay, ich bin jetzt am Boot, schlag ein. Warte auf mich. Ich bin jetzt gleich wieder zu Mars. Ok, aber sonst befinden uns auf mit uns, wenn ich sonst jemanden überrasst, also schon seule. Man ist auch einen toppings, in der 50,000 werbrauch zu kommen. Das ist die Bank. Um alleben der Wasserbestätten hinzuholen? Ich bin im Boot und wir müssen eigentlich in der Gebäude an Land fahren, das ist hier ein Mord. Voraus oder wie? Ja, ja. An den Stehenkerl hat es eigentlich gehalten, dann heilt es schon. Ja, links haben wir Kontakt, hast du sie? Oh, super. Ah, nicht so. echt jetzt so wir können hier jetzt einmal umgehen und dann schlafen wir uns in unsere high value target sein ganz entspannt, go in, alles töten da ist dann auch hier Ah, das ist da hinter der Arschloch. Geil, Alter! Richtig gut, Alter! Wieso wurde ich jetzt getötet? Oh, schön! Das ist alt, Alter! Nichts, Alter! Ich bin jetzt först nicht. Ich bin jetzt Pferd, Faktor. Wie ist das? Ja, ja! Ich bin jetzt nicht in dem Moment. Mann, das ist ein Ratte, wer hat sich bewegt die ganze Zeit? Runter von dem Stein, Entdeckung, Feuer, Feuer! Woher kam das jetzt? Da kommt er, ja, oh, oh, was? Hinter dir, oder? Ich höre doch. Pass auf. Wieso sehe ich hier keinen? Das ist Wolfens. Servus. Wolf? Oh, er ist noch da. Ich höre doch. Was macht er denn da? Jo. Ja? Na, wie jetzt da? Was meinst du damit jetzt? Bitte? Ach. Mein Plan, Mann. Ich hab grad echt die Lust verloren. DKI hat mir grad wieder richtig gezeigt, wieso man keinen Bock hat auf dieses Spiel manchmal. Der ist übel, der eine da, gell? Der war die ganze Zeit in der selben Position irgendwie. Und der kam nicht raus. Der hat dann mit dem M.G. gechillt. Ja, genau, der lag dann mit dem M.G. aber an dem Baum so, dass du ihn nicht sehen konntest, wenn du von unten kommst, weil der durchs Gras geschossen hat. Und sonst hat er mich die ganze Zeit durch den Busch beballert. Und das halt akkurat. Nee. Ich hab nämlich versucht irgendwie ranzukommen. Ging nicht. Ging nicht. Ja, also die besten Chance hättest du, glaub ich, gehabt, wenn du echt nur den ausschalten. Ah ne, wir machen mal kurz das Fenster zu. Ah, das ist schwierig. Ja, Granate eigentlich nur. Ja, mein Gott, scheiße. Also, ich wär auch weitergezogen. Nur, ich hab nicht verstanden, wieso ich gestorben bin. Ich weiß nicht, hast du normalerweise in 300 Sekunden Blüthau zu einem? Ja, war ja auch. Auf einmal war ich tot. Also, es lief. Und dann war ich tot. Ach, das ist ausgelaufen. Nee, nee, nee. Das lief ein bisschen und dann war ich tot. Wenn ich das nicht weggeklagte, kann ich nicht weggeklagte. Ich hab auch gehört. Also, ich hab' ein bisschen weggeklagte. Also, ich hab' einen Mann, ein Mann, ein Mann mitgeklagte.